Herzlich willkommen zu diesem ersten Erfahrungsbericht, zu diesem ersten Testvideo zur neuen Online-Marketing-Software ConvertChat. Mein Name ist Roman vom Online-Marketing-Mastermind-YouTube-Kanal, deinem YouTube-Kanal für deinen Erfolg im Online-Marketing. Und heute soll es um die neue Online-Marketing-Software ConvertChat gehen. Ich will dir zeigen, was denn das für eine Software ist, für was man sie nutzen kann, wie sie funktioniert und vor allem wie sie zu bedienen ist und vor allem, warum man sie denn dann auch braucht. Und ConvertChat, ich bin hier schon auf der Website, da will ich dir das auch gleich zeigen, wie das Ganze funktioniert, ist eine Online-Marketing-Software und diese Online-Marketing-Software macht was mit der Seite, nämlich es hilft, mehr aus der Webseite rauszuholen, also eine bessere Conversion hinzubekommen. Und das macht es durch ein bestimmtes Tool, das hier auf der Seite inkludiert ist. Und das ist nicht das Video hier, das wir hier sehen, das hier im Hintergrund läuft, sondern es ist das, was wir hier unten sehen. Und du kennst das von großen, großen Unternehmen, von großen Webseiten, Telekom beispielsweise, die solche Chatfenster hier haben. Und das ist das, was du auch mit ConvertChat erstellen kannst. Du kannst auf deiner Webseite solche Chatfenster inkludieren und in diesen Chatfenstern, wenn man da aufklickt oder draufklickt, wird dann eine automatisierte Konversation stattfinden, die dazu führt, dass der Benutzer oder der Besucher der Webseite bessere persönliche Beziehungen eingeht und deswegen es dazu beitragt, dass dann das Ziel der Webseite dann auch zusätzlich unterstützt wird. Also wenn es um Verkauf geht, dann wird der Verkauf unterstützt. Wenn es um Eintragungen für ein Webinar oder für ein E-Mail-Newsletter geht, dann wird das unterstützt und so weiter und so fort. Und das Gute daran ist, das Ganze läuft voll automatisiert. Also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, je nachdem, wie das Ganze programmiert ist, immer so, wie du das willst. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, denn somit hast du einen digitalen Mitarbeiter dir angeschafft, der dir hilft, deine Ziele besser zu erreichen. Und der wird nie müde, der schläft nie ein, der ist immer fit und wird immer das machen, was du von ihm willst. Und das können wir uns hier beispielsweise mal anschauen. Siehst, sobald man da drauf drückt, wird eine Konversation gestartet und die läuft voll automatisch ab. Die wurde hier im Backend mit der Software erstellt und wird dann ausgelöst, wenn man da drauf kommt. Ja, ich bin Finn von ConvertChat, mit Fragen und Antworten, ja, nein, beispielsweise. Und somit kann man die Konversation steuern. Du kennst das vielleicht vom Messenger-Marketing. Aber das hier ist kein Messenger-Marketing, sondern das ist ein Chatbot, der auf einer Webseite inkludiert ist. Und demzufolge führt es dazu, dass wir hier unabhängig sind. Wir können also hier mit diesen Chatbots machen, de facto erst mal, was wir wollen. Und das ist viel, viel besser natürlich geeignet, als es bei einem Facebook-Messenger-Chatbot, wie beispielsweise mit ManyChat oder so, der Fall ist. Und deswegen finde ich das ziemlich gut. Das braucht demnach jeder, der eine Webseite hat. Und es braucht auch jeder, der vielleicht eine Webseite haben will oder vielleicht aktuell noch keine hat. Weil, das kann ich dir auch gleich zeigen, dieses Chatfenster kann man auch einfach so losschießen. Ich kann einfach so Traffic auf so ein Chatfenster machen, ohne da eine Webseite zu haben. Und über den Chatverlauf wird dann dadurch auch natürlich eine persönliche Beziehung aufgebaut, was dann dazu hilft, bestimmte Ziele, die man hier hat, dann besser zu erreichen. Weil ich könnte ja darüber etwas zu verkaufen, ich könnte informieren, ich könnte Serviceanfragen darüber steuern. Also eine ganze Menge ist da möglich. Und ich will dir auch noch mal was zeigen, deswegen aktualisiere ich gerade. Auch wenn ich die Seite verlassen will, kennst du vielleicht, dann gibt es ja immer die sogenannten Exit-Intent-Popups, die dann aufploppen, um denjenigen, der die Seite verlassen will, zum Dableiben zu bewegen. Auch hier, ich gehe mal hier hoch, siehst du, kommt ein Exit-Intent-Popup, aber das ist nicht nur ein reines Popup, sondern darüber wird auch ein Chat losgetreten. Und durch diesen Chat, persönliche Beziehung, werden die Zielsetzungen der Webseite natürlich besser unterstützt. Und du siehst, die Software kostet normalerweise 79 Euro und darüber kann ich einen zusätzlichen Rabattcode dann noch einstreuern. Dann würde es für eine Testzeit eventuell ein bisschen günstiger werden. Also hilft es, da den Verkauf anzukurbeln. Deswegen ist die Software super gut und wenn du Interesse schon mal daran hast, bevor ich es dir jetzt zeige, unterhalb des Videos findest du das aktuell super Launch-Angebot, das Sonderangebot, das nur für kurze Zeit verfügbar ist. Klick da drauf und wenn du diesen Link nutzt, der unter dem Video ist, dann kriegst du da noch Boni dabei. Nämlich du kriegst ein paar Videoanleitungen dazu, die beschreiben, wie man in bestimmten Fällen agieren kann. Und du kriegst vier fertige Templates für bestimmte Bereiche, die dir helfen, dass du das nur noch für dich individualisieren musst, sodass du dann direkt hier schon loslegen willst. Also ConvertChat, ein super Ding. Ein vollautomatisierter, digitaler Mitarbeiter. 24-7 arbeitet der für dich und das Ganze unabhängig. Das ist natürlich brauchbar für jeden, der eine Webseite hat, der damit irgendwas erreichen will und für jeden, der auch noch keine Webseite hat. Also für jeden was im Online-Marketing. Und jetzt will ich dir zeigen, in einem nächsten Schritt, wie denn die Software funktioniert. Denn das Ganze ist ohne Programmierkenntnisse umsetzbar. So und da sind wir auch schon im Dashboard von ConvertChat und anhand des Dashboards, anhand dem Herzstück, will ich dir zeigen, wie leicht es ist, ohne Programmierkenntnisse Chatbots in ConvertChat zu erstellen, die dann als digitaler Mitarbeiter für dich 24-7 dann arbeiten und da helfen, mehr Verkäufe zu generieren, mehr Umsatz zu generieren, aber auch mehr Eintragungen in dein Newsletter oder in dein Webinar, je nachdem, was du vorhast. Das Dashboard ist relativ übersichtlich. Wir haben hier ein paar Menüpunkte. Hier kannst du dann in all die anderen ConvertTools wechseln, bleiben jetzt erstmal hier und gehen hier mal auf Bots. Und das ist, wie gesagt, das Herzstück, da erstellst du deine Chatbots. Und da habe ich schon was vorbereitet, einen kleinen, aber feinen Testbot und den will ich dir hier zeigen. Ich gehe hier auf Bearbeiten und dann komme ich im Menü. Hier haben wir Vorschau, was passiert hier eigentlich, was habe ich denn erstellt, wie sieht das aus? Und da kann ich verschiedene Einstellungen vornehmen. Und wir sind hier erstmal in den allgemeinen Einstellungen. Ich habe das jetzt mal Test genannt. Hier ist der Chatbot-Bilder. In dem kann ich den Chatbot so, wie ich ihn gestalten will, dann erstellen mit einer einfachen Drag-and-Drop-Lösung. Das zeige ich dir gleich. Zuvor auch die verschiedenen Anzeigen Modi, nämlich einerseits als Widget hier unten auf dem Handy oder aber dann auf dem Bildschirm, so wie wir es gerade eben gesehen haben. Wenn da drauf gedrückt wird, dann geht das Fenster auf und dann wird der vorher im Chatbot-Bilder angelegte Chatflow, also das Gespräch, so wie ich es haben will, hier dann abgespielt. Und du siehst, das ist ein Gespräch, hier gibt es Auswahlmöglichkeiten und je nachdem, was dann angekreuzt wird, kannst du dann weitergehen. Machen wir mal hier zu. Weiter kann ich hier angezeigt oder anzeigen, ob das im Fullscreen-Modus ist. Für all diejenigen, die keine Webseite haben, aber dennoch das nutzen wollen, die können das auch machen und hier kann man das sich anzeigen lassen auf dem Handy oder auf dem Laptop. Das wäre jetzt der Fullscreen-Modus für den Laptop. Ich lasse es mal am Handy und dann haben wir hier noch dritte Anzeigeart ist das Exit-Intent-Popup, wie schon gerade gezeigt, wenn jemand die Seite verlassen will, dann wäre das hier die Möglichkeit. Und so kann ich meine Chatbot für verschiedene Ziele festlegen und das Wichtige ist natürlich, wie kann ich ihn programmieren. Und programmieren kann ich ihn über das Herzstück, über den Chatbot-Bilder. Und der Chatbot-Bilder, da bin ich jetzt mal drauf, ist ein Drag-and-Drop-System, wo ich Elemente von der rechten Seite hier einfach reinziehen kann. Ich habe hier schon ein paar angelegt, nämlich vier Nachrichten hintereinander, die hast du ja auch gerade schon durchlaufen sehen und dazu dann hier die Buttons mit Auswahl. Und da würde ich jetzt auch weitermachen. Der ist erstens, Hi, ich bin Roman, wir können dir helfen zweimal mehr Leads und Sales zu generieren. Jemand, wenn man da drauf drückt, sieht man, wie lange man hier wartet oder wie lange die Nachricht wartet. Eine Sekunde nach der tippt zwei Sekunden, dann poppt die auf. Und so kann ich jede Nachricht individualisieren. Es ist dann ein richtiger Gesprächsablauf, den ich mir im Vorfeld dann überlege und den ich den dann hier hinterlege, um dann da natürlich bestmöglich den Interessenten auf der Webseite abzuholen. Also da muss ich mir schon Gedanken machen, dass wir hier ein sinnvolles, gutes Gespräch zustande bekommen. So, machen wir das mal hier weg und dann wird es hier weitergehen. Beispielsweise, wenn jemand jetzt Ja drückt, dann will ich eine weitere Nachricht haben. Die ziehe ich mal hier rüber und was schreibt man da rein? Klasse. Einfach jetzt so zum Test. Eine Sekunde. Und das Tippen dauert auch eine Sekunde und gut ist. Und dann kann ich das hier verbinden. Das heißt, wenn jemand dann später Ja klickt, dann kommt Klasse und wenn jemand Nein klickt, dann was nehmen wir da? Auch eine Nachricht, die wir hier rüberziehen. Verbinden das und verbinden das. Erstmal was reinschreiben. Schade, schreibe ich da mal rein. Jetzt zu Testzwecken. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Wie gesagt, hier kommt dann die Verbindung. Ja, du weißt, wie es dann aussieht. Also je nachdem, was hier geklickt wird, geht es dann im Chatverlauf weiter. Und somit kann ich komplette Strukturen hier festlegen. Ich versetze mich also in meinen Zielkunden rein, der auf meiner Webseite ist, stelle mir vor, was der für Anliegen hat und bringe dann hier über eine vorkoreografierte Kommunikation, baue ich persönliche Beziehungen auf und schaffe es dann, meine Ziele der Webseite besser zu erreichen. Und dabei kann ich Videos einfügen, ich kann Bilder einfügen, ich kann Buttons einfügen wie den hier. Ich kann Möglichkeiten einfügen, dass jemand was eingibt. Ich kann E-Mail-Adressen sammeln, um so meine Liste aufzubauen. Ich kann Termine vereinbaren, ich kann ein Webinar-Opt-in machen, um so direkt über den Chat mein Webinar quasi zu füllen und so weiter und so fort. Also keine Grenzen gesetzt. Hier kann man sich dann ausleben und das ist, wie gesagt, eine richtig tolle Sache. Das ist das Herzstück der Chatbot-Bilder. Und dann kann ich, wie gesagt, hier in dem allgemeinen Bereich weitere Einteilungen vornehmen. Ich kann hier Integrationen dazu auswählen. Beispielsweise habe ich jetzt schon mal Klicktipp hier hinterlegt. Ich kann Zapier verknüpfen, um dann bestimmte andere Tools hier noch mit meinem Chatbot zusammenzubringen. Ich habe Designmöglichkeiten. Ich habe beispielsweise hier ein Avatar-Bild hochgeladen. Ich könnte verschiedene Farben hier anlegen, Textfarben, Schriftgrößen, um so meinen Chatbot ganz, ganz individuell zu gestalten. Dann kann ich weiter zeigen, was passiert oder wo liegt der Button. Pulsiert er wie hier oder pulsiert er nicht? Jetzt ist es weg. Somit kann man natürlich auch die Aufmerksamkeit darauf lenken. Ich kann die Header-Leiste, die dann hier erscheint, siehst du, der Testbot hier oben. Das kann ich hier festlegen und sonstiges noch mit Sounds arbeiten oder aber auch festlegen, ob der ganze Chatbot automatisch öffnet. Und somit kann ich diesen ConvertChat-Chatbot ganz, ganz individuell so gestalten, wie ich das will. Und wenn ich das mache, dann baue ich den auf meine Webseiten ein, so wie hier und habe einen zusätzlichen Mitarbeiter, der eine persönliche Beziehung mit meinen Interessenten, mit meinen Kunden aufbaut und so hilft, dass meine Ziele besser erreicht werden, die ich meiner Webseite habe. Und deswegen ist es ein Must-Have-Produkt, ein Must-Have-Online-Marketing-Tool, das du auf jeden Fall haben solltest. Unterhalb des Videos, wie gesagt, findest du einen Link, klick da drauf, sicherst dir als absolutes Schnäppchen und du kriegst jetzt, wenn du diesen Link nutzt, dann natürlich noch die Boni, die ich dir schon angekündigt habe. Und da würde ich mich freuen, bedanke mich jetzt schon und falls du Lust hast auf ein weiteres super gutes Online-Marketing-Tool, dann poppt jetzt hier ein Video auf, schau dir das an und dann wirst du weiter deine Ziele so erreichen, wie du das willst. Bis zum nächsten Video, danke fürs Zuschauen, dein Roman.